Yoga in der Gita Jedes Kapitel der Bhagavad-Gita behandelt einen Yoga-Pfad, der jeweils als Einführung kurz erläutert wird. Das Wort Yoga hat vielerlei Bedeutungen. Krishna definiert Yoga als den Gleichmut inmitten gegensätzlicher Erfahrungen in der Welt. 2.48 Dies ist die eigene Positionierung im Ewigen, im Unverrückbaren, aus der man nicht mehr berührt wird vom scheinbar Angenehmen und Unangenehmen innerhalb der materiellen Schöpfung. Yoga kann auch übersetzt werden als Stabilität des Bewusstseins. 6.20 Welche erlangt wird, wenn sich der Geist völlig von der Materie zurückgezogen hat. In den Yoga-Sutras von Patanjali wird Yoga definiert als die Einebnung aller Strömungen des Verstandes, als Stilllegung aller mentalen Tendenzen. Dann ruht der Sehende, der Wahrnehmende, die ewige Seele in ihrer eigenen wahren Natur. Yoga Sutra 1.3 Wenn die Seele diese Verbindung zu Krishna erkennt und begreift, dass Trennung eigentlich nie bestanden hatte, in Klammer Nitya Yoga, der Zustand der Verbundenheit andauernd und nicht unterbrechbar ist, in Klammer nur unsere Erinnerung daran kann in Vergessenheit geraten, tritt sie ein in einen wunschlosen, transzendentalen Zustand. Nirvikalpa Avastra Das ist der Ort, an dem Shuddha Bhakti das Abenteuer der ewigen Beziehung mit Gott erst beginnt. Die Bhagavad Gita, die Einladung Gottes dahin, ein Aufruf an uns. Jedes Kapitel der Bhagavad Gita behandelt Yoga. Erstens, Vishat Yoga, Yoga der Verzweiflung. Zweitens, Sankya Yoga, Yoga der Analyse. Drittens, Karma Yoga, Yoga des Handelns. Viertens, Jhan Karma Sanyas Yoga, Yoga der Entsagung von Handlungen. Sechstens, Jhana Yoga, Yoga der Versenkung. In Klammer, Atma Samyama Yoga, Yoga der Kontrolle des Verstandes. Siebtens, Jhana Vikyan Yoga, Yoga der Erkenntnis und der Verwirklichung. Achtens, Tadaka Brahma Yoga, Yoga des Erreichens vom Absoluten. Neuntens, Rajguya Yoga, Yoga des großen Mysteriums. Zehntens, Vibhuti Yoga, Yoga der Wertschätzung der göttlichen Herrlichkeiten. Elftens, Vishwarupa Darshana Yoga, Yoga der Schau der kosmischen Gestalt. In Klammer, Yoga der Theophanie. Zwölftens, Bhakti Yoga, Yoga der liebenden Hingabe. Dreizehntens, Kshetra Kshetra Kya Vibhaga Yoga, Yoga der Unterscheidung von Feld und Feldkenner. Vierzehntens, Guna Draya Vibhaga Yoga, Yoga der Unterscheidung der drei Grundeigenschaften. Fünfzehntens, Purushottam Yoga, der Yoga der höchsten Person. Sechzehntens, Veiva Asura Sampat Vibhaga Yoga, Yoga der Unterscheidung zwischen göttlicher und wiedergöttlicher Existenz. Siebzehntens, Shraddha Draya Vibhaga Yoga, Yoga der Unterscheidung von drei Arten des Glaubens. Achtzehntens, Moksha Sannyas Yoga, Yoga der Befreiung und der Weltentsagung. Vorbemerkung In der Übersetzung habe ich all die Namen, mit denen Krishna Arjuna anspricht, weggelassen. Und auch all die Namen, mit der Arjuna Srikrishna anspricht. Der Grund dafür ist einzig und alleine der Fluss der Gedanken, welche ohnehin schon anspruchsvoll sind. Und wenn nun noch so viele Namen hineinfließen, dann ist es der Klarheit nicht dienlich. Arjuna wird mit 23 Namen angesprochen und Srikrishna mit 46 verschiedenen Namen. Ich bin mir bewusst, dass jeder einzelne Name im Kontext eine bestimmte Bedeutung hat. Doch gibt es schon Bhagavad-Gita-Ausgaben, welche dies sehr ausführlich erläutern. Und somit wäre es nur eine Wiederholung gewesen. Für Studierende der Gita, die dies genau erfassen möchten, empfehle ich die Bhagavad-Gita von Srila Vishwanath Chakravarti Thakur und die Ausgabe von Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Die Verse der Gita sind möglichst wortgetreu übersetzt. Und manchmal habe ich, um das Verständnis noch ein wenig zu klären, ein paar Worte in Klammern hinzugefügt. Es gibt manchmal im Deutschen nicht ein einzelnes Wort, das die Sanskrit-Bedeutung voll zum Fassen vermag. Deshalb sind manchmal noch klärende Ergänzungen angefügt. Immer am Ende des Kommentars habe ich in kursiver Schrift die Verbindung zum nächsten Vers angefügt. Auf diese Weise kann man den gedanklichen Fluss der Bhagavad-Gita leicht damit verfolgen und man versteht sie nicht einfach als aneinandergereihte Verse. Natürlich hat Krishna nicht Kapitel gesprochen. Die Bhagavad-Gita ist ein Gespräch von Herz zu Herz. Vom Herz Gottes zum Herz einer jeden Seele. Für das Verständnis der Nachwelt hat Shrila Vyasadeva, der dieses Gespräch aufgeschrieben hatte, Versnummern und Kapitelunterteilungen gemacht. Einige Worte werden in ihrer Bedeutung nicht immer wieder erklärt. Dafür stehen am Ende die Begriffserklärungen zur Verfügung. Da der erste Vers des 13. Kapitels keine Nummer trägt, haben ihn einige Kommentatoren weggelassen. Der Grund hierfür ist wahrscheinlich, dass die Bhagavad-Gita auf diese Weise die gerade Nummer von 700 Versen hat. Ich habe ihn aber dennoch als Nummer 1 gegeben, damit man mit anderen Ausgaben leichter vergleichen kann. Deshalb hat diese Ausgabe der Gita nun 700 Einverse. Die Nummern in Klammern, in Klammer 18.16, beziehen sich auf die Kapiteln und die Versnummern anderer Verse, die das Beschriebene genauer beleuchten und ergänzen. Um repetitive Aussagen im Kommentar zu vermeiden, verweise ich manchmal auf die vorangegangenen Kommentare, zum Beispiel Sierseite 8.16. Wenn in einem Vers eine Mehrzahl von Eigenschaften aufgelistet wird, gehe ich manchmal auf die einzelnen ein und damit klar ist, über welchen nun gerade geschrieben wird, ist sie in fetter Schrift markiert, zum Beispiel 15.5. Diese Ausgabe der Bhagavad-Gita wird aufgrund des sonst überquellenden Umfangs nicht auf die historischen Hintergründe eingehen, die im Mahabharata beschrieben sind. In Klammer, es gibt ja mittlerweile viele deutsche Übersetzungen davon. Die 18 Kapitel der Bhagavad-Gita sind ein ganz kleiner Teil des Mahabharata. In Klammer, Bhishma Parva, Kapitel 25 bis 42.